Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen. Alle 45 Minuten wird statistisch gesehen eine Frau Opfer von vollendeter oder versuchter gefährlicher Körperverletzung durch Partnerschaftsgewalt. Nur 20 Prozent der Frauen in Deutschland, denen Gewalt widerfahren ist, bringen dies auch zur Anzeige und nutzen bestehende Hilfe-Einrichtungen. Das heißt, vier von fünf Frauen nutzen diese nicht und von der Dunkelziffer möchten wir gar nicht erst sprechen. 1,3 Milliarden. Jede dritte Frau weltweit erlebt in ihrem Leben Gewalt. 81 Prozent der Betroffenen von partnerschaftlicher häuslicher Gewalt in Deutschland sind Frauen. Davon betroffen sind Frauen aller sozialer Schichten. Ein Viertel. Jede vierte Frau in Deutschland wurde schon mindestens einmal Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Lebenspartner. Mehr als ein Drittel der weiblichen Beschäftigten im europäischen Verkehrssektor hat das Gefühl, dass an ihrem Arbeitsplatz keine Null-Toleranz gegenüber Missbrauch von Mitarbeiterinnen herrscht. 63 Prozent der weiblichen Beschäftigten im europäischen Verkehrssektor haben zuletzt mindestens eine Gewalttat erlebt. 49 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass ihr Arbeitsplatz einem sicheren und angemessenen Arbeitsumfeld für Frauen keine Priorität einräumt. Nein zur Gewalt gegen Frauen und Mädchen. 45 Prozent der Befragten sind der Girmity und Champ federanz genieenturti. 45 Prozent der Befragten sind der Girmity